Hallöchen und willkommen zu einem weiteren wunderschönen professionellen Infovideo. Oh yeah. Ja, wie man im Hintergrund sehen kann, ich bin umgezogen, ich bin nicht mal in meinem alten Zimmer, wie man in den Facecam-Videos noch sehen kann, beziehungsweise in den Infovideos oder so. Ähm, ja, aber ich erläutere das jetzt auch nicht, weil ich es erstens getwittert habe und zweitens in zwei weiteren Videos auch schon erwähnt habe, aber auch nicht so ausführlich. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist eigentlich, ich lade ja am 1. Januar mein Special hoch, mein Best-of von mir auf YouTube. Ja, ja, ähm, deswegen wollte ich euch halt nochmal dran erinnern. Ich brauche halt da immer noch geile Stellen, weil da sollen halt so um die 10 zusammenkommen, damit der Scheiß auch nicht so lange dauert und auch nicht so kurz geht. Ähm, ich muss aber euch sagen, ich bräuchte halt die Stellen möglichst noch vor Heiligabend, also, ja, wäre halt erwünschenswert. Ich zwinge jetzt euch nicht oder so, also ihr müsst jetzt das nicht unbedingt machen, aber wenn ihr beispielsweise so eine, zufällig mal so eine geile Stelle findet, ähm, die ihr geil findet oder so, dann würde ich das doch ein bisschen feiern. Dass ihr euch dann ein bisschen, ähm, dass ihr da ein bisschen, ähm, keine Ahnung, mit dran arbeitet quasi. Weil, es ist doch schon ein wenig, es ist viel Arbeit. Ich muss Intro noch machen, Outro muss ich noch machen, die Sequenzen muss ich dazwischen auch noch machen. Und das ist halt gar nicht mal so leicht mit der Software, die ich bisher habe. Keine Ahnung, was ich mir bis dahin hole. Wahrscheinlich hole ich mir da auch nicht weiteres und bastle irgendwas zusammen, was halbwegs geht. Vielleicht schaue ich da auch noch im Internet, was ich dann umändern kann oder so. Wisst ihr, wie die Dinge laufen? Ja, das war's dann mit dem wunderschönen Infovideo und so und ja. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. So.